Hallo und herzlich willkommen zurück bei Willbam, zusammen mit dem Herrn Blaze und dem Razamon. Hallo! So, hier ist das Lava, hier muss ich aufpassen. Also ich versuche es noch einmal kurz hinzukriegen, ansonsten komme ich zurück. Siehst du gut? Nicht sterben. Uff, ich hasse das Laufpack, ich gehe weg. Das ist mir zu nah an der Lava hier. Alter ey, jetzt werde ich beinahe gerade mitten in die Lava reingelaufen. Ich muss erst mal zuhause mein Zeug sichern. Ich habe gerade ein bleibendes Kristall gefunden und habe jetzt mal ein bleibendes Kristall kassiert. Schön! Ja, sehe ich nichts mehr, ne? Aber den baue ich mal ab, den Kristall habe ich bestimmt gebrochen. Schatz. Och, kann man den immer brauchen, ne? Weil der läuft dann bald aus, dass ich mal was sehen kann. Oh, warte mal, da ist ja, der ist ja nicht mehr bei der Lava, der ist nicht mehr bei der Lava. Ähm, so erstmal Sachen nach Hause bringen und dann werde ich mal dein Blutaltar wieder missbrauchen. Erst dauert nicht, jetzt gehe ich mal gucken, der müsste es genau und dann... Ah, 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 ah. Oh, passt so hoch. Ich habe genau über das Haus getötet, über das Haus, wo ich, äh, tätigen die XP von dem. Aber, keine Gast, hier schon wieder nicht. Uh. Oh. Ich habe es versucht. Nö, auch kriegen sie. Na, jetzt muss ich mal wieder zurück. Wir können natürlich das Mimichite trotzdem mal probieren, ähm. Wie ein Gast ist? Ja. Auf jeden Fall. So, in welche Richtung muss ich denn jetzt? Wo ist denn da unten? Hexastart. Bitteschön, da renne ich jetzt hin. Irgendwas zwischen Hexastart und Schacht, weil dazwischen ist immer mein Haus. Irgendwo. Ha. Wo bin ich ja eigentlich meinen roten Blood Orb? Ich bin mir nicht mehr dabei. Weil ich überlege gerade, habe ich den gerade vorhin irgendwie vergessen in der Kiste, wo in der Wüste? Ja, das ist ja der Erste, ne? Der ist ja jetzt nicht so tragisch. Ich mach dir einfach neun, ey. Der war aus einem Diamanten, ne? Ja, genau. Das ist schlecht. Habe ich den wirklich irgendwo in der Kiste gelassen? Ich habe nur den Blauen dabei. Hab ich denn aus Versehen weggeschmissen und mir... Oh Gott. Oh ja, meine Abonnenten werden mich dafür schon gelüncht haben, aber dann machen wir uns eben schnell neun. Fertig. Ich muss eh noch ein bisschen Mimicite Farmen gehen, um meine Diamanten dann zu verdoppeln, denn ich brauche da insgesamt zwei für Schwert, vier für die Dings, sechs Stück Minimum. Ach, du willst es komplett hier machen oder was? Ne, ich brauche ja zwei Diamanten für ein Schwert, das aufs Ritual geschmissen wird. Ja. Und vier Diamanten für diese Ritual-Divine-Dingsbums. Okay. Um meinen Stein quasi zu färben. Mein Ritual-Stein. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ist es auch, ja. Ja. Ich missbrauche mal gerade den Blutaltar, ne? Ja, ja. Mach ruhig. Ich bin noch 300 Meter von seinem Haus weg, also es dauert noch ein bisschen. Oh, ich sollte mal ein bisschen Pause machen mit dem Ritzen. Ja, diese ganze Regeneration schafft er nicht in der Zeit. Du hast nicht zufällig noch Rubies, ne, ne? Nein, keinen einzigen mehr. Ich habe alle getauscht. Wow. Schacht. Tot. Verdammt. Igo ist in die Lava gefallen. Ah. Mach mich nicht schwach, ne? Ich bin hier immer nur am Sterben. Wo ist mein Let's Death? Da hinten. Ich hasse das. 100 Meter von zu Hause. Ich habe mich auch fast gehalten und dann irgendwie der Laufpark hat mich natürlich doch wieder reingelenkt. Das hier kommt auch immer genau in dem Moment, weißt du? Ich könnte kotzen. Ich komme hier jetzt da runter. Also ich hätte 27 Holz da zum Bauen. Aber ich glaube, du hast in einer Kiste sicherlich auch was, ne? Ja, ich muss ja runter, nicht rauf. Ja, man kann sich ja auch runter bauen, ne? So, ich muss mal ganz kurz mein Mikrofon hier unten. Aber nicht mit Holz. Was? Er muss husten. Natürlich wieder alles nachts hier passiert. Natürlich. Musste mir nur kurz mein Neskin putzen. Oder sowas. Auch gut, ja. So. Ich hoffe, dass es nicht verloren gegangen ist. Ich weiß nicht, was denn da ist auf jeden Fall Lava neben da unten auch noch, wo ich aufgeschlagen bin. Ich hoffe, dass nicht, äh... Ich bin nicht so viel verloren gegangen, dass da nicht irgendwas reingefallen ist. Wäre zumindest sehr ärgerlich. Also der Creeper da, der stört mich ein bisschen. Machen wir noch weg. So. Bitte lassen sich allzu viel verbrannt sein. Blaue Kristall hier unten, super. Was macht der? Weiß ich nicht. Speed, achso. Speed. Speed. Mehr Speed. Irgendwas ist verbrannt, weil ich habe Plätze frei, das hatte ich vorher nicht. Die beiden Charts sind noch da, der Gast hier ist auch noch da. Gut. Mimmi Cheate? Jo, ist alles weg. Nein, oder? 42 Mimmi Cheate-Blocks verbrannt? Ich will mich das Spiel verarschen. Ja, es sagt dir, du sollst nicht cheaten. Das sind echt... Die 42 Mimmi Cheate sind weg. Liegt doch nirgendwo mal hier rum, oder? Ne. Was brauchen wir doch jetzt, das Mimmi Cheate? Ne, ich sage mal so, ein Emerald kann ich dir schon abdrücken, ne. So ist es nicht. Ja, aber ist doch scheiße. Jetzt habe ich den... Blaze. Ja. Ich mag dieses Spiel nicht mehr. Ja, einen brauche ich dann. Er mag es nicht. Wird einen nehmen. Er würde einen nehmen. Nein. 42 Mimmi Cheate weg, weißt du? Verstehst du? 42. Also, dieser Wanderer bei dir im Haus, ne? Der ist halt mal sowas von nervig. Tot. Oh Gott. Was ist bei mir... Was ist der Doku im Haus? Du hast einen Wanderer im Haus. Der... Der sulzt mir hier die Ohren voll. Ich baue mich grad hoch. Und hör doch jetzt mal auf zu sterben. Ich baue mich grad hoch, ja? Aus der Schlucht. Komm oben an. Creeper. Explodiert, ich flieg wieder runter. Wie viel Pech kann man denn haben, Blaze? Irgendwas ist wieder verbrannt. Ich hab's schon gehört. Irgendwas ist wieder in die Lama geflogen. Oh Mann. So komm ich doch nicht vorwärts. Ja. Nö. Hör doch auf zu sterben. Echt unglaublich, was ich hier mache. Das darfst du keinem erzählen. Ist alle meine Atoms runter geflogen? Oder sind die auch teilweise oben? Das kann ich dir nicht sagen. Kann ich mir nicht mal selber beantworten. Weil der Klüft hat mich ja oben in die Luft gejagt, aber... Da oben liegt nix, ne. Und wie bin ich denn grad hier runter gebaut? Wie bin ich denn grad gesprungen? Ja, da. Hier ist meine Treppe. Soll ich dir was leiden? Eine Spitzhacke oder so? Ja, ich bin ja grad auch runtergekommen. Schon wieder unten. So, lass mal zählen. Ich brauch für den hier... Oh, mein roter Obd. Ich ganz in einer Lava. Oh mein Gott. Vier Ritualstone. Vier mal vier... Beiden Orbs habe ich noch. Sind 16. Okay. Ich hab keine Ahnung, was kaputt gegangen ist. Irgendwas. Gasti. Gasti ist noch da. Das wäre es jetzt gewesen, ne. Dann wäre alles noch sonst gewesen, ne. Oder? Ja. Aber ich wollte mit der Gasti, wollte ich ja eh versuchen zu schieten. Aber jetzt habe ich ja kein Mimishita mehr. Oder hast du noch Mimishita? Nein, nicht mehr so viel. Dann kann ich auch nicht ausprobieren, ob wir die Gasti verdoppeln können. Ja. Ja. Kann ich nicht machen. Ich muss sowieso... Keine Ahnung, wie ich das mache, ne. Ich muss jetzt dann auch irgendwann noch farmen gehen. Denn ich brauche ja auch noch Mimishita und sowas, ne. Das darf ich aber mal wieder nicht in den Baufolgen machen. Ist alles so schwierig, ne. Ja. Ja, im Nether gibt es genug. Immer noch. Aufhören wir zu kurz. Was haust du um mich? Ah nein, hier ist ein Mage Enderman. Wo ist er? Da. Ach du Schande. Ich brauche da so viel. Bleiben, das hör auf du. Mist wie ich ey. Wie viel Leben hat er? 45. Wo ist er jetzt? Da. Ich brauche von den Ritor... Ich muss mal kurz... Das geht nicht mehr im Kopf heute. Wow, ich bin nicht so... Ist mir gleich schon wieder tot. Nicht, ich hör auf jetzt. Der ist schon scheiß Mage Enderman. Geh weg, geh weg. Der hat noch 2 HP. 2 HP hat er noch. 2 HP. Ich muss ihn zuerst treffen, okay. So, es sind 5, es sind 6 meine. Der will mich doch verarschen, ey. Ich hab nen Zauberstab geklickt. Teleport... Teleportation... Gen... Gen. Aber man darf sich ja nicht mehr teleportieren, hab ich gehört, oder? 24 mal 4... sind 80... 6 und 9... Ach du Scheiße. Ähm... Ich brauche... Den Stab darf ich nicht benutzen, ne. Den Teleportation-Gem-Stab. Ja, ich brauche übrigens, äh, nur mal so am Rande des Wahnsinns, 96 Obsidian. Ja. Für das, was ich vorhabe. Find's doch. Plus, äh, 96 Blank Slates. Die ich nochmal reinschmeißen muss. Um die guten draus zu machen. Also das heißt, ich stehe hier mindestens noch 3 Stunden, ne. Scheiße. Aber zumindest weiß ich ja, wo ein Obsidian Tower ist, ne. Pfff. Oh Mann. Kannst du denn hier ein Broschard? Okay. Einen Wurstchard? Einen Wurstchard? Ähm... Den brauche ich. Kannst du mir so einen, ähm... Ort machen? Ja, ich nicht. Aber ich kann den Dings hinschmeißen. Ich brauche nur noch den und noch einen. Dann kann ich schon mal den ersten Stein machen. So, ich darf dir den ja hinschmeißen. Bamm. Darfst du ja, genau. Ach ne, ich muss ja nochmal 16 mal reinschmeißen. Aber schmeißt du erstmal dein Ding rein. Ist doch einmal halt, ne. Ist doch richtig, ne. Ja, ja. Mit was wird denn eigentlich der Nächste gemacht? Der Gelbe? Ach ja, mit den Weak Blood Shards. Genau. Und für das brauchen wir das Schwert. Alles klar. Easy. Und dann brauche ich... Wo ist jetzt dieses komische Ding, was ich hier brauche? Ich weiß nicht mehr. Was wollte ich jetzt mit der Gasträne machen? Und Enderpellen habe ich auch noch irgendwo, ne? Kannst... Äh... War das das Air-Ding oder sowas? Weißt du das? Air. Das müsste eigentlich das sein. Air Sigil. Air Sigil. Dafür brauche ich die Gas hier. Und Federn. Und ein Rainforest. Federn habe ich. Garstchen habe ich. Ich habe auch schon irgendwo eine Rainforest. Ist mein Schad schon fertig? Ne, doch. Irgendwann schon fertig. Den brauche ich. Kannst du hier weiter machen, wenn du willst. Die Opfer mir auch noch ein bisschen für dich. So. Was habe ich jetzt noch gesagt? Was brauche ich noch? Ah... Sigil of the Air. Garstchen ist so ein Rainforest. Genau. Ein Rainforest. Ein Rainforest. Ein Rainforest gemacht. Da, danke. So. Geht das mit dem Shift-Dings-Click nicht? Ah, Mann ey. Was fehlt da jetzt noch? Das Tier. So. Hier bin ich irgendwo hingepackt. Okay. Zack. 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 Fertig. Das nächste. Moment. Zack. Zack. Da stehe das noch nicht so ganz. Kann ich damit denn fliegen? Ach so. Der fliegt. Ja, aber ich muss auch mal fliegen. Der hat gerade eine Kurve gezogen, ne? Jo. Ich muss aber aufpassen, weil ich kriege noch Fallschaden. Dann muss ich erst noch das andere Sinschel dagegen bauen. Dieses Resistenz-Schiesel oder wie das heißt, Ding, ne? Ja. Wie gesagt, ähm, wir könnten prinzipiell, ja, das ganze, was ich hier gerade mache. Ja. Also wie gesagt, ich brauche, äh, 96 von den Reinforced Slates, plus 96 Obsidian, und dann können wir uns im Prinzip diese Bound Plates machen, ne? Und Bound Pickaxe, äh, Bound Eggs, äh, diese Schaufel auch machen, ne? Ja. Und auch die Bound Leggings, Leggings, ne? Brauchen wir halt Dias für, ne? Also ist jetzt dann so, äh, das Ritual, das ich baue, das sieht so ein bisschen aus wie Stonehenge, ähm, egal was du da aus dir drauf schmeißt, Schwert, Pickaxe, Schaufel, Hose, äh, äh, Klamotte, äh, wird er quasi zu diesem, äh, OP Zeugs, ne? Okay, klingt gut. Und wir brauchen ja im Prinzip so'n, ähm, sag's mir kurz, so'n, so'n Altar, ähm, wegen dem Schwert für die, äh, Weak Blood Shards. Ach ja, und wir können uns übrigens auch ein Schild machen aus dem, ähm, aus dem Zeug, Ja, was war, hm, ich find das, ein Schild auch, okay. Also wenn das ein Schild ist, ne? Perfekt for a fire-breathing fish who is afraid of heist. Äh, Sigil of Elementary Affinity. Ist das das, was man falsch hatten? Ich weiß nicht. Äh, ich weiß nicht, was, was Zaltschaden aufhält. Das, was du da grad machst, na, da kenn ich mich leider nicht aus. Ah. Was ich mir auf alle Fälle noch bauen muss, ist ne'n Energy-Bazooka. Entspannte Musik zum Blutspenden. Wie schießen denn das scheiß Ding? Ich wollte die Ritzen. Oh, Nahtuterscheinung, Nahtuterscheinung. Also war ein Block, lockte ich mal aus. Und deine Pflanzen hier jedes Mal beim einloggen, ne, die sind, die sind grausam. Dries ist guge, ne? Äh, wie sieht's denn zeitlich eigentlich aus? Wir sind bei 16, 17 Minuten gerade. Die Zeit vergeht aber viel zu schnell. Ich hab heut, okay, ne, so darf man es nicht sagen. Ich hab Emeralds bekommen. Hä? Ich weiß nicht, wie das mit dem Fallschaden heißt. Dammt! Also fliegen kann ich jetzt, aber das ist wenigstens nicht. Musst du mal mit dem Fliegen nicht sowieso ein bisschen aufpassen? Ja klar, wenn du kein Blut mehr hast, ist das natürlich doof, ne? Und du bist jetzt gerade an diesem Bound Blade dran, ne? Also das versuchst du jetzt irgendwann mal. Okay. Also ich tipp mal, dass wir bei den nächsten normalen Folgen, wenn wir relativ schnell Obsidian farmen können. Du weißt ja, 96 Obsidian sind nicht mal so eben gefarmt, ne? Stimmt. Und wenn wir die 96 Reinforced Slates haben, wofür wir noch eine Menge, Menge spenden können. Wobei ich ja schon fast sagen würde, ob wir nicht eventuell einen Hopper hier an den Blutaltar bauen. Brauch eine Blattschrone. Hast du rote Wolle, ne? Ne. Stimmt. Dann versuche ich jetzt noch schnell rote Wolle zu besorgen. Kannst du mir eine Blattschrone herstellen, eventuell? So machst du eh da diese Dinger gerade. Aber jetzt ist noch keine Zeit mehr. Ich versuche eine rote Wolle zu kriegen jetzt. Ja, muss ich ja nicht, ist egal. Kann ich ja auch nichts machen. Ich bin eh nicht mehr fertig jetzt. Mach doch deinen Mist da weiter. Bist du schnell, ich kann ja fliegen. Quasi. Da ist doch schon mal was, ne? Ich geh einfach in den Zauberwald rein. Du müsst ja eigentlich genug Schafe sein. Ja, rosas sehe ich schon. Ja, ansonsten nimmst du halt einen Redstone, ne? Hier ist eine rote Schaft, okay. Jetzt habe ich das geschafft, es gibt nur eine rote Wolle. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Letzte Minute läuft. Ich gucke, ob ich noch ein bisschen rote Wolle finde. Ja, ich kann meine Zuschauer schon mal vorwarnen. Also, die nächsten Folgen werden ja Bau folgen, die nächsten zwei. Ja. Und dann werde ich hier wirklich fünf Folgen, glaube ich, an diesem Blutaltar verstehen. Inklusive Obsidian-Farmen und so. Ja, müssen wir uns irgendwie aufteilen, weil ich muss ja, ja, sonst, wenn du am Blutaltar hast, kann ich ja eh nix anderes machen dann. Rosas Schaft vorwarnen, genau. Ja, das wollte ich auch noch machen. Meine 42 sind ja weg. Ich kann dir gerne mal die Koordinaten meines Minenschachts geben, ne? Nein, das ist viel einfacher zu farmen. So, kriege ich jetzt noch meine Master-Ritual-Stone hin? 10 Sekunden, wir müssen leider aufhören. Okay, okay, dann bleibe ich hier jetzt stehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.